Hallo und herzlich willkommen bei RettoCampbell. Ich bin heute wieder auf die Jagdnacht-Ticket und heute habe ich das Spiel MHA is the strongest hero. My Hero Academy. Viel Spaß! Ok, dann würde ich sagen, es geht los. Ich werde mir die rote Punkte erstmal einkassieren. Ok Okay. Da ist ein roter Punkt. Okay, ich darf mein Moji spielen. Oh, wenn ich das komplett mache. 100 Goldminzen. Oh, ich hab mir Moji. Oh, die ist öfters da. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Das hab ich doch. Schaukelfett hab ich doch nicht. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh... Da, schau. Ich brauch also ein Schaukelpferd. Wo ist denn das Schaukelpferd? Hier gibt es kein Pferd, ok. Da ist es. Kaufen. Und... Die Tür. Ach, da ist es. Warte mal, man kann das bestimmt weg machen. Genau. Warum wollen die einen Schaukelpferd? Weil die Schaukelpferd müssen in eine Ecke gehen. So. Hab ich. Moral ist gut. Moral ist gut. Moral ist gut. Das ist gut. Da haben wir jetzt erst mal das Haus. Moralisiert. Moralisiert. Loll. Und hier sind meine Dailies da noch drin. Schön. Ah, da sind noch ein paar Sachen. Back. Kisten probiere ich, um das sofort aufzumachen. Kredit. Geld. Ah, ich hab genug. 400.000. Ich denke, ich hab genug. Ok, ein Super-Koop. Also geht der erste Kampf schon mal los hier. っていう danholen sind die Tür zu sagen. was ich mache jetzt so. Oh, wie ist die Tür? Oh, wie ist die Tür? Ja, ich würde das eben auf dem Entfernen gehen. Und jetzt geht's mal los. J�, L... Ich kann jetzt schon mal los. Ich kann das wieder mal los. Dann mache das mal was. Ich kann das mal, los. Das wenn das mal los. Ich hatte jetzt schon mal los. Okay, das bin ich und das ist der Gegner, ich bin 8.000 Schlag, er ist 2.000. Das ist gut, ich dachte schon, wir mussten selber kämpfen. Das war eine schnelle Runde. Ladebüttchen, Ladebüttchen, hüpf, schnell weg. Und hier haben wir Front und die Backside. Die sind in der Front, ah, so Backside geht gar nicht. Oh, schau mal an, jetzt habe ich irgendwie 4 Leute drin. Die beiden können zusammen kämpfen. Der ist mir schon 10.000 stark. Und das soll ich erstmal. Oh, der ist stärker. Okay, wir probieren es trotzdem. Das ist bei mir gleich doll. Jetzt ist er dauernd. Der erste ist beim Gegner dauernd. Ne, auch nicht. Der liegt mal. Aber ein ist nicht gut dauernd. Das war Einsatz mit nix, das war aber nix. Das war der hier. Kommt jetzt als nächstes der dran. Start. Da müssen wir ganz schnell schaffen. Genau. Noch 2 Angriffe muss ich machen. Also sind das dann 5 insgesamt. Das ist ein bisschen besser. Und der letzte Angriff gegen 4100, sollte ich eigentlich auch locker schaffen. Oh! Okay. Da haben wir die ganzen... ...krieg ich denn hier was ab? Ach, da! Ah! Ah! Da haben wir auch noch mal ein Geschenk. Wie kriegt man am meisten Geld durch PVP? Und hier nochmal. Klick, klick, klick. Klick, klick. Klick, klick. Klick, klick, klick. Klick, 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 klick. Okay. Super! Und welchen kriege ich? Den habe ich schon. Ja. Ja. Hm. Hm. Ja. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Meine Heroes-Talente Ich glaube, ich fange mal lieber bei den Schlechteren an. Ich glaube, ich wollte hier rauf gehen. Das ist ja eigentlich mein Stärkster. Der kann nichts machen. Bei ihm kann ich was machen. Talente. Trainieren. Okay. Und hier. Dann da rauf gehen. Jetzt gehen wir auf ihn hier. Trainieren. Trainieren. Perfekt. Oh, zwei Puzzleteile fehlen noch. Zwei Puzzleteile. Okay, wir haben alle meine fünf hellen. Aufgewertet. Naja, nicht alle nicht. Aber die ich aufwerten kann, habe ich aufgewertet. Kein Angriff. Okay. Rush kann ich machen, oder? Oh, das ist Gold. Ich glaube, das war's. Das sind nur die bestimmte beiden Teile einzusammeln. Ja. Ich kann alles einsammeln und nicht alles löschen. Oh, das sind 40 Nachrichten. Nein, 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 nein. Okay. Talent wieder. Hallo. Tschüss. Allianz-Gelde, ich bin in keiner drin. Friends... Drum... Ach, das war das... Drum... Wo sind eigentlich noch meine 3-Members drin? Fehlen da nicht noch 2-Members? Hm... Oh, noch 1-Siste... Oh, den hier... Der schläft da... Komm, ich setz dich mal auf Schaukelstühlchen oder auf Schaukeltieren. Okay... Dann muss ich das wahrscheinlich mit denen auch machen, ja? Control... Ist aber ganz schön langsam hier... Okay... 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 Sofie... Control... Oh gut, dann nehme ich erst mal den anderen... Den... Den... Der will ja auch auf Schaukel fährt... Weil die nicht so langsam gehen würden... Der macht gerade was... Kann nichts machen... Okay... Control... Wie lange schläft der denn da noch? Okay... Ach ja... Kann auch mit anderen Leuten intakt agieren... Dann werden wir mal schauen, was ich für den machen kann... Dann gehen wir mal in den Shop rein... Ähm... Das haben wir... Und... Das haben wir... Das Bett will noch fehlen... Das ist mir alles so teuer... Objekte... Oder... Desは... Auf dem ich neun... Aber... Zu wenig Geld... Dann kaufen wir mal, was kaufen wir denn? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was ich hier noch kaufen kann, da schläft immer noch. Ah, hier, ich bekomme Geld. Ah, jetzt habe ich 620. Ah, dann schauen wir mal. Genau, jetzt kann ich den kaufen. Ah, okay. Okay, hier ist es schon. Oh, okay. Zweifel und weg. Safe and exit. Ach, hier. Schnell ins Bett gehen. Ah, jetzt ist der, mit dem ich ins Bett gehen muss. Ja, der kann ich ins Bett gehen und der, der schlechte Laune hat. Mit dem kann ich auch nichts machen. Ah, jetzt. Nicht den. Konto. Genau. Subi, subi, subi. Ja, Bett ist frei. Okay. Ich schaffe es. Sonst hätte ich mir gleich noch ein Bett gekauft. Okay. Ja, jetzt kontrollieren wir ihn mal. Wie mit denen aufs Motorrad. Ich hoffe, der Raum ist jetzt besser geworden. Ah, ich gebe es auf. Vielleicht muss ich nur einfach warten. Gut, dann war es. Dumm. Ahh, jetzt muss ich welche으로. Dumm. Puhh, p? Boah, wo waren die Dades gewesen? Kopf? Nein. Das ist am Beschweren. Ach, hier ist... Ach, das soll Geld abholen. Ich habe nur 15.000. Was ist hier Münzen? Äh, Münzenqueste? Nein. 2.000 Energie? Da war es nicht. Ja, nein, da war es auch nicht. Jo, da war es auch nicht. 3.000 Jahre Okay, jetzt bin ich wahrscheinlich in Tutori wieder drinnen. Oh, ich muss kämpfen, richtig kämpfen. Da gibt es hier keinen Autokampf. Okay, ich kann die nächsten Szenen aufmachen. Hier sind die Dailies. Ich habe sie wieder gefunden. Dailies. Okay. 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 Entschuldigung! Spendt schon 50, Stannis. Ich bin verirrt. Auto gibt es. Schön. Ich habe ihn einfach hier. Ich habe ihn eingegangen. Aber, er ist ein Rund. Ich habe ihn hier. Ich bin kein Rund. Unruhe. Okay. Das ist der, genau das ist der Schwächste, dann nehmen wir den. Das ist der Fall. Okay. Das ist der stärkste. Ich probiere auch mit der Schwester. Warte nochmal. Change. Gear soll ich wechseln. Equipment. Okay. Ist immer noch zu schwach. Den musst du auch noch komplett durchspielen. Egal. Ich glaub mal sagen, das war's für heute. Haben wir schon genug gemacht. Warte, da ist noch ein roter Punkt. Ich habe leider vergessen, was dahinter war. Ah, warte. Das war der hier. Und das ist der hier. Den haben wir noch nicht. Die beiden haben wir noch nicht. Den haben wir noch nicht. Ah, ich kann nichts mehr an. Auflegen. Tschüss. Das war's dann. Da sage ich mal Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch mal nächstes mal seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. noch schnell mein Ticket abholen und dann ist alles ready. Tschüss. Tschüss. Ich würde mich lieber auf